Es scheint, als wäre tatsächlich im Moment noch ein weiteres und damit insgesamt sechstes Star Wars Game in Entwicklung, welches bis jetzt noch nicht offiziell angekündigt wurde und von welchem wir bis jetzt auch noch nichts über Leaks oder Gerüchte wussten. Und zwar hat Andy Robinson von Videogame Chronicles auf einen Tweet geantwortet, in welchem jemand über Empire at War geschrieben hat, wie toll er das Spiel findet und so weiter. Und Andy hat darauf geantwortet, dass wir alle nicht mehr lange auf ein neues Star Wars Echtzeitstrategiespiel von einem großen Entwickler warten müssen und hat auf Nachfrage dann nochmal klargestellt, dass er damit nicht das Strategiespiel von Respawn meint, was natürlich definitiv Sinn macht. Zum einen, dass natürlich sich Star Wars Spiele in Entwicklung befinden, von denen wir bis jetzt noch nichts wissen, vor allem wenn Disney bzw. Lucasfilm Games ja wirklich in Zukunft die zwei Games pro Jahr einhalten wollen und zum anderen aber auch, dass das sich derzeit einzige in der Entwicklung befindende Strategiespiel von Respawn bzw. Bitraktor eher so in Richtung XCOM, also rundenbasiert gehen wird und viele sich wahrscheinlich eher ein Echtzeitstrategiespiel à la Empire at War wünschen und wir demnach sowas jetzt auch erwarten können. Und es ist echt super, in wie viele verschiedene Richtungen jetzt die Star Wars Games alle gehen werden, aber irgendeiner muss doch jetzt so langsam mal an einem Multiplayer-Shooter-Game arbeiten. Bis zum nächsten Mal.